guten morgen ich begrüße euch freue mich dass ihr da seid ich freue mich auch wenn später leute hinzu kommen und sich einschalten also seid alle herzlich gegrüßt ich finde das super dass ihr euch die zeit nimmt um zuzuhören und torah zu lernen lasst uns gleich beginnen heute machen wir weiter mit unserem thema hingabe und heute nehmen wir einen neuen aspekt dazu den bisher noch nicht auf diese art und weise betrachtet haben nämlich mut hingabe und mut was hat hingabe eigentlich mit mut zu tun wie sieht das aus und das werden wir jetzt gemeinsam erkunden und das machen wir nicht im luftleeren raum sondern wir greifen zurück auf die torah auf die geschichte in der wir uns gerade befinden die geschichte der väter abraham und jezzak und da beginne ich jetzt noch einmal also abraham und auch jezzak das sind hingegebene menschen hingabe was ist das hingabe ist eine innere haltung abraham und jezzak sie weiten ihr leben gott ihr herz war stets auf waschem ausgerichtet hingabe das war der lebensstil von abraham und auch jezzak und auch später sehen auch von jakob natürlich josef und so weiter und jetzt hört sich das so toll an aber ist das einfach dieser lebensstil hingabe ist das nur eine innere haltung oder bedarf es da nicht auch ein ausdruck im äußeren nämlich in der handlung und genauso ist es und dann wird hingabe ein weg voller herausforderung weil das ziel ist ja immer näher zu haschem zu kommen die himmelsleiter die ich euch hier mitgebracht habe ihr seht es auf dem bild wirklich zu erklimmen und anzukommen das ist das ziel anzukommen bei haschem also wir sehen hingabe ist etwas was abraham jezzak und auch uns wenn wir so leben wollen auf unserem weg begleitet und wenn wir uns auf dem weg machen dann ist dieser weg nicht einfach dann gibt es herausforderung und mit jeder herausforderung wenn wir sie dann annehmen dann wachsen wir und dann nehmen wir zu an weisheit und erkenntnis wenn wir uns auf den weg gemacht haben dann gibt es eine erfahrung die uns auf diesem weg immer begleitet nämlich laufend stoße ich an meine grenzen und wenn ich wachsen will dann geht es da um diese grenzen zu überwinden und nun sind wir bei dem zweiten wort angekommen mut dafür bedarf es mut mut was bedeutet das was ist das irgendeine verrückte idee und dann mache ich etwas was andere vielleicht nicht machen ja was andere nicht machen gehört dazu aber mut bedeutet eigentlich dass ich meine eigenen grenzen überwinde die überwindung der eigenen grenzen und dann erst wachse ich und auch hier diese wachstum diese überwindung der grenzen sie fällt nicht vom himmel sondern ich muss etwas zu tun dafür tun ich muss meine grenzen überwinden und oft denke ich stehen wir vor einer grenze und dann überfällt uns angst und dann sollten wir uns besinnen und mut haben aber haben so lesen wir vertraute gott und auch dieses vertrauen auf gott ist nicht etwas abstraktes sondern es ist eine aktive tat er handelte abraham war mutig er ging ins risiko erinnern uns noch einmal lech lecha gehe aus deines vaters haus in das land das ich dir zeigen werde ja mai ist das nicht mutig wenn man sich dann auf dem weg macht würdet ihr das tun einfach mal zu gehen in ein land was gott dir zeigt aber machte es er wagte den ersten schritt und den zweiten und er ging und indem er das getan hat wusste er wie es war vorher natürlich nicht vorher war es theorie jetzt ist es praxis auf dem weg sein wachstum hat immer auch mit risiko zu tun abraham ging und er begegnete vielen herausforderungen er ging ins risiko wir haben es auch schon besprochen er zog in den krieg was trieb ihn eigentlich dazu hätte ja auch zu hause bleiben können nächsten liebe die liebe zu seinem neffen lot und danach kam seine angst er hatte angst keine verdienste mehr zu haben und dann sprach haschem im mut zu er sagte nämlich fürchte dich nicht abraham denn ich bin dein schild und dein großer lohn und dann ging es weiter dann kam der bund aber der mund kam nicht sofort vorher gab es viele veränderungen bei abraham viel wachstum der bund der beschneidung der höhepunkt im leben von abraham beschneidung wir denken damit fing es an nein das ist das ende denn es gibt mehrere stellen wo sich der mensch beschneiden soll schneidung der lippen beschneidung der ohren beschneidung des herzens und erst dann kommt die beschneidung am körper sozusagen die vollendung abrahams weg war nicht einfach zehn prüfungen musste abraham bestehen und die letzte prüfung die schwerste prüfung haben wir auch schon drüber gesprochen diese woche wo haschem sagt gib mir bitte deinen sohn deinen einzigen den du liebst es war nicht einfach für abraham auch hier brauchte er mut aber abraham machte etwas ganz besonderes abraham blieb sich selber treu er gab niemals auf und auch dazu gehört mut abraham hatte sich entschlossen ein leben der hingabe der hingabe an haschem zu führen und nun bei der letzten prüfung sollte die hingabe da etwa aufhören nein er bleibt sich treu und dazu gehört mut mut grenzen überwinden wenn man an einer grenze steht dann hat das immer etwas mit angst zu tun die angst etwas zu verlieren und bleiben wir jetzt mal bei abraham es war ja nicht irgendetwas was er verloren hätte in anführungsstrichen verloren nein seine ganze zukunft die ja in seinem sohn lag die wäre dann sozusagen ausradiert das werk das gott mit ihm angefangen hatte wäre hier zu ende wenn jetzt sagt dann stirbt und abraham nimmt seinen ganzen mut zusammen und überwindet auch diese grenze interessant ist dass das eine prüfung für abraham ist und nicht für jetzt sagt jetzt sagt der heiligste der menschen der wiederhergestellte adam von heiligen eltern im heiligen land geboren und am achten tag beschnitten für ihn war das keine prüfung und es gibt einen mit rasch und der sagt uns dass es ein gespräch gab zwischen jishmael und jitzak und jishmael trumpfte auf und sagte also ich bin mit 13 beschnitten worden und ich habe also dort viele schmerzen gelitten aber du du hast ja noch ein baby am achten tag das ist ja nicht gemerkt und jetzt sagte daraufhin zu seinem bruder ich würde mein leben für haschem geben ich würde sterben weil jetzt wusste dass er damit nichts verliert sondern wer sein leben hingibt der wird es bekommen ewiges leben wir haben auch schon darüber gesprochen und jetzt sagt das ist jetzt sehr interessant die vollendung des weges für abraham nämlich seine beschneidung das ist der anfang des weges für jitzak die beschneidung am achten tag das geschenk was er mitbekommen hat er ist wirklich der heilige so wird er auch genannt er lebte heiligkeit er ist der hingegebene mensch er wollte die einheit mit haschem er wollte das ewige leben trotzdem gibt es auch bei jitzak die herausforderung und natürlich die möglichkeit zum wachstum wachstum hört niemals auf und wachstum dann ist man auf dem weg dann stößt man an grenzen und auch jitzak stieß an seine grenze es war natürlich eine andere grenze denn jeder mensch hat seine eigene grenzen baruch hat gestern schon davon gesprochen als sie zeigt die brunnen wieder ausgegraben hat diese szene gestern hat er ausführlich besprochen was ist die angst von jitzak hatte angst seinen stand seinen hohen stand der heiligkeit zu verlieren und dann in dem moment wo er diese angst hatte da wird er wieder ermutigt von haschem persönlich und dann lesen lesen wir da erschien ihm der ewige in derselben nacht und sprach ich bin der gott abrahams deines vaters fürchte nichts denn mit dir bin ich ich werde dich segnen und vermehren deinen samen im meines knechtes um meines knechtes abrahams wenn es leider ein fehler drin ok also um meines knechtes abrahams wenn hier bekommt hier bekommt jetzt eine ermutigung von haschem und wie sieht die aus diese ermutigung haschem sagt zu ihm erinnere dich an den bund den ich mit deinem vater geschlossen habe vertraue auf dem bund mit abraham er war bereit alles zu riskieren und du hast den bund geerbt erinnere dich gedenken wisse wer du bist bleibt dir auch treu mache diesen bund zu deinem bund wisse wer du bist stehe zu dir selbst auch dazu gehört mut haben wir bei abraham ja schon gesehen gott wird der schrecken isaaks der schrecken mit zack genannt lesen wir in berischit 31 das hat etwas zu tun dass jetzt gefüllt ist mit gottesfurcht gottesfurcht bedeutet demut jetzt haben wir noch ein wort noch ein begriff demut der anfang der weisheit ist die furcht des ewigen der anfang der weisheit ist demut und das bedeutet das bewusstsein der eigenen grenze das bewusstsein einer steht über mir jesua hat gesagt und damit möchte ich schließen und auch einen bogen spannen aber ich bin nicht allein denn der vater ist bei mir solches habe ich mit euch geredet dass ihr in mir frieden habt in der welt habt ihr angst aber seid getrost ich habe die welt überwunden der maschiach er hat die welt überwunden und er spricht ganz klar an dass wir in der welt angst haben von dem maschiach heißt es er sagt es selber ich bin demütig also demut ist der schlüssel zur überwindung der eigenen grenzen der überwindung dieser welt jeder hat seine eigenen grenzen jeder hat seine eigenen herausforderungen um sie zu bestehen bedeutet es mut zu haben ein hingegebenes leben zu führen weiter zu gehen auf dem weg mit haschem auf dem weg mit jeschua auf dem weg hin zum ewigen leben ich möchte uns mut machen den weg zu gehen nicht stehen zu bleiben den ganzen weg zu gehen sich aufzumachen und wirklich anzukommen und gehen wir den weg abrahams gehen wir den weg jeschuas und dazu lade ich euch ein und ich möchte mich hier verabschieden aber vorher noch schaltet euch morgen wieder ein zu shalom hayom dann mit unserem Reppenpaar hoch ich wünsche euch einen wunderschönen Tag eure Gaby